Hallo und herzlich Willkommen zu UNO. Ich fange direkt an und kann nicht ziehen? Sehr schön. Wir spielen gegen Energy und Samu. Ähm, Spiel. Cool, für Ringo kommt jetzt auch einer. Geil. Rot gefällt mir. Ich darf nur noch nicht. Eine kleine Runde UNO mal zur Abwechslung. Ein bisschen runter zu kommen. Genau deswegen spielt man UNO. Wir werden auch, Mensch ärgere dich nicht, jetzt im nächsten Mal spielen. Was ist denn mit ihm? Ich glaube, er ist aufkam. Ich konnte nicht, egal in welcher Runde, ich konnte jetzt natürlich einmal was schmeißen, was von meiner Hand kam. Ja, ob ist immer gut. Jetzt auf einmal geht er. Oh, ich setze ihn. Sehr geil. Oh, das ist auch gut. Der hat einen Art Reik. Der hat doch keine Blau. glückerhaft. Ohohohohohohoho. Alles mehr gezogen. Er hat wahrscheinlich nur noch Rote. Alter, jetzt zieht die ganze Zeit. Na toll. Die anderen können keine drei haben. Du hast nämlich Mist. Aber... Zwei noch. Nein. Nein, ich habe keine Grün. Mist. 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 Alter. Unfassbares Pech. Och, Mann. Mann. Alter. Wie bescheuert. Ich will acht Karten. Und er hat Uno. Ich will bloß zwei noch. Nee. Er hat genau das. Das ist jetzt nicht wahr. Alter. Wie kann man so einen Lack haben? Das war jetzt ja mega Lack einfach nur. Unfassbar. Das war jetzt ja mega Lack einfach nur. Aber... Es... Aber... willst du mich verarschen? Heute extremer Spieleabend. Wir haben eben Fallout 4 gespielt. Jetzt spielen wir Uno. Gleich in einer halben Stunde spielen wir noch LOL. Also heute gibt es alles. Und eventuell noch, Mensch, ärgere dich nicht. Dafür habe ich jetzt die ganze Woche aber auch nicht aufgenommen. Alter. Ich werde jetzt noch eine haben müssen. Unfassbar. Ja, bei uns natürlich. Fallout 4 wird jetzt, das war jetzt die Preview von mir, einmal das Spiel anzocken. Jetzt wird es zwei, drei Wochen pausieren und dann wird es weitergehen. Ich habe mich entschieden, das Spiel weiter zu spielen. Es macht mega Laune und ich will es weiterspielen. Wir werden auf jeden Fall Fallout 4 weiterspielen. Vorher müssen wir mal gucken, dass wir die anderen Spiele jetzt mal rumbekommen. Outlast, Final Fantasy 3 zählt. Dass wir da ein bisschen mal vorankommen. Die nächsten drei Tage werden wir schon wieder ausgebucht. Wird es wieder nicht klappen. Und natürlich, Fortnite. Werden wir auch noch Outlast spielen. Also im Fortnite gibt es ein neues Update. Eine neue Waffe, die will ich ja nicht zeigen. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. Alter. Mann. Mann. Müsstest du nicht verarschen. Das ist doch nicht zu fassen. Plus vier, plus vier, plus vier. Wie viele hat der denn überhaupt? Das ist doch nicht die dritte, die ich von dem jetzt kriege. Kann ja wohl nicht wahr sein. Plus zwei, der hat all... Unglaublich. Ich will nicht zurückdrehen. Sonst kriege ich sie wieder ab. Nee. Ach, Mann. Willst du mich verarschen? Jawoll. Das hast du verdient. Er kann aber auch immer. Ach, das ist doch nicht wahr. Mann. Nein, nein, nein. Unglaublich. Er hat als einzigste die ganzen plus zwei, plus vier, plus zwei, plus vier, plus zwei. Er hat alles. Er hat auch einen jetzt. Er hat nur noch. Er hat nur noch. Er hat kein Rot...ein Glück. Alter, er hat gleich 10 Karten. Alter, du kannst ja mal aufzuziehen. Blau ist gut. Und brauen denn immer so lang? Na toll. Energy ist weg. Wird von uns jetzt auch die letzte Runde sein. Wir spielen zwei Runden heute noch. Und dann geht's rüber in LOL. Toll. Ich habe... Ich sage euch nachher... Die Promo da mit den 10 Spielen war super. 7 Siege. Drei Nieder lang, zwei waren wir wegen Afkar. Kann ich zufrieden sein. Letztes Spiel nicht so. War ein Mann Carry von dem anderen Spiel. Och Mann. So schöne viele Einer. Ich kann die zwei nicht auf die Plus 2 schmeißen. Ich verstehe es nicht. Ich habe immer so gespielt, dass das geht. Der 2 ist nur 2. Mist. Ja. Au. Mist. Was ist das? Oh Mann. Er zieht immer... Er zieht die ganze Zeit plus 4. Das gibt's doch nicht. Ich... ...aschloch. Die KI Luna gewinnt doch am Ende. Ich will das Erde annehmen, sieht Ich muss Boah, alter Nee Alter, ich muss Ach, ziehen, das ist doch zum Oh mein Ich raste gleich aus Alter, das ist doch nicht wahr Wie viel Pech kann man eigentlich haben Samu gewinnt schon wieder Das kann ja wohl nicht wahr sein Er zieht und zieht und zieht die ganze Zeit Na, kommen noch 10 Stück jeden Jetzt kann er Grund ist aber auch gut Diese Runde wird niemals enden Weil die immer so lang braucht Oh Mann Ist doch jetzt nicht wahr Ein Glück hat er kein Gelb Aber er zieht natürlich direkt eine Gelbe Genau Er hat immer noch kein Gelb Er hat aber eine 7 Er hat keine Rot Er hat keine Rot, oder? Das ist nicht wahr Er hat schon wieder Grund Mann Das regt mich jetzt auf Dieser Bild Alles Satire Natürlich Egal Ich reg mich trotzdem auf Ich hab verloren Alles klar, das war's dann Gleich Gleich In LOL geht's weiter Für euch dann Morgen mit LOL Bis dann Ciao